Samstag, 19. September, 13 Uhr, HDI Arena, Hannover 96 gegen Karlsruhe, 2 zu 0. Michael Ezer, Hissib Eilis, Niklas Hult, Timo Hübherz, Zay Mouria, Markel Franke, Miki Freharnitz, Gengi Harkeschi, Dominik Heiser, Henrik Wietendt, Marvin Tusch, Duk, jetzt kommt Karlsruhe, KSC, Markus, Chris Beck, Philipp Heiser, Marco Tide, Christoph H. Koppler, Robin Bauma, Lukas Fröde, Hermes Conor, Marvin Winsek, Benjamin Kohler, Marco Dürrschi, Barbaringin, Baaba Kerkuari. 11 Uhr 14